Mit Snagit können Sie die Inhalte von Fenstern mit Scrollbalken komplett aufnehmen, zum Beispiel ganze Webseiten, lange Dokumente oder breite Bilder. Es gibt zwei Optionen, um einen Scrollbereich auf Ihrem Bildschirm aufzunehmen. Die automatische Aufnahme mit Scrollpfeilen oder die manuelle Aufnahme mit der Funktion Panorama Capture. Zum automatischen Aufnehmen mit Scrollpfeilen öffnen Sie das Fenster oder Dokument, das Sie aufnehmen möchten. Klicken Sie dann im Snagit Capture Fenster auf den Tab All-in-One. Klicken Sie auf Aufnahme. Bewegen Sie das Fadenkreuz auf das Scrollfenster. Wenn das Scrollfenster automatisch aufgenommen werden kann, sind orangefarbene Pfeile zu sehen. Ich möchte dieses Bild in horizontaler Richtung aufnehmen. Deshalb klicke ich auf den Pfeil nach rechts. Dann lasse ich die Maus los. Snagit scrollt nun automatisch und zeichnet den Inhalt des Fensters auf. Wenn Sie den Aufnahmebereich genauer festlegen möchten, können Sie die Option Panorama Capture verwenden. Öffnen Sie das Capture-Fenster und klicken Sie im Tab All-in-One auf Aufnahme. Wählen Sie den Aufnahmebereich im Scrollfenster durch Klicken und Ziehen mit dem Fadenkreuz aus. Ich ziehe dazu die Markierung meist von der oberen linken zur unteren rechten Fensterecke. Passen Sie den Auswahlbereich durch Ziehen der Ziehpunkte an. Die Bildlaufleisten sollten nicht im Auswahlbereich sein. So wirkt das Bild übersichtlicher. Klicken Sie auf die Schaltfläche Panorama Capture. Klicken Sie dann auf Start und scrollen Sie mit der Maus oder durch Ziehen der Scrollbalken. Achten Sie auf gleichmäßige Bewegungen, um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten. Das Bild wird beim Scrollen automatisch zusammengefügt und in einem Vorschaufenster angezeigt. Wenn Sie den gewünschten Bereich aufgenommen haben, klicken Sie auf Stopp. Die Aufnahme wird nun im Snagit-Editor angezeigt. Hier können Sie sie auch bearbeiten und weitergeben. Große Bilder werden möglicherweise verkleinert dargestellt. Um Sie besser sehen zu können, stellen Sie im Zoom-Menü die Originalgröße ein. Wenn Sie mehr über Snagit erfahren wollen, schauen Sie sich die anderen Tutorials an. Danke fürs Zuschauen!